Sky Dumeau ist bereits viermal geschieden. Jetzt spricht der Schauspieler über den finanziellen Druck, den er deswegen hatte. Sky Dumeau, 77, war bereits viermal verheiratet. Die erste Ehe, die er im Alter von 25 Jahren mit der Schauspielerin Helga Lehner, 80, schloss, hielt fast 20 Jahre. Danach war er von 1992 bis 1995 mit der französischen Schauspielerin Diane Stoulogion, 66, verheiratet, die ihm einen Sohn schenkte. Noch im Trennungsjahr ehelichte Dumont die Schauspielerin Cosima von Borsodi, 57. 2000 ließen sich beide scheiden. Im selben Jahr heiratete Dumont dann Mirja Becker, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Viermal verheiratet gewesen zu sein, bedeutet natürlich auch, sich viermal scheiden gelassen zu haben, und das kostet. Doch nicht nur die gescheiterten Ehen, auch seine drei Kinder von zwei Frauen, Tara Neven Dumont, Justin Neven Dumont und Fein Neven Dumont, kosteten und kosten Geld. All das hat den Schauspieler fast in den finanziellen Ruin getrieben. Sky Dumeau verrät, dass er finanzielle Schwierigkeiten hatte. Bei mir war es eine finanzielle Geschichte. Ich habe drei Kinder und die wollen ernährt werden. Ich bin leider mehrmals geschieden, und das ging ja auch nicht ohne Geld über die Bühne. Also musste ich Geld verdienen, das war der Hauptgrund. Und das Einzige, was ich konnte, war natürlich dieser Beruf, verrät der Schauspieler in einem Interview. Mit seiner aktuellen Freundin, der österreichischen Journalistin Julia Schütze, ist der 77-Jährige seit 2022 liiert, allerdings nicht verheiratet. Denn, noch eine Scheidung kann ich mir nicht leisten, verriet Dumont vor wenigen Monaten in einem Interview. Auch, wenn er weiß, dass Julia die Richtige ist, ist er nach vier gescheiterten Ehen vorsichtig, das denkt man am Anfang ja immer. Das habe ich viermal gedacht und viermal wurde ich am Ende enttäuscht. Zweimal war ich schuld, zweimal waren die Frauen schuld.